ja leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ihr seht das paket vom pyrobackweb ist da und ja das packen wir jetzt mal zusammen mit euch aus entschuldigung wenn ich so ein bisschen huste oder nicht so laut rede ich bin ein bisschen erkältet hier sind das ist das schöne ding hier sind die breaking die habe ich nicht bestellt bestellt habe ich die nicht dann haben wir hier das stromboli vulkan und fontaine set das ist kategorie f1 von explode haben wir die leiten das sind luftpfeifer luftheuler das hier was einzeln verpackt das ist das pyrobackweb bengalo rot zu gold bin ich sehr gespannt drauf einmal die funke baller funke china palazzi die sind tatsächlich kategorie p1 davon ab 18 das ganze jahr zünden ja und das war es schon mit dem video leute fort rein und schau